Musik Wir sind in Heiligendamm, im Grand Hotel Heiligendamm. Wir sind in der Hotellerie immer auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen. Und da lag es für uns nahe, die Gleisbahn zu wählen, denn wir haben hier die Möglichkeit, zu jeder Tageszeit und auch zu jeder Jahreszeit die Eisbahn aufzubauen. Und wir sind ein Luxushotel in Mecklenburg-Vorpommern als einziges mit diesem Produkt. Und das ist der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Ja, das Besondere an dieser Eisbahn ist ja zum einen die Nachhaltigkeit und auch der ökologische Hintergrund. Das heißt, 0% Energiekosten, Sie haben keine Generatoren. Sie können es also mitten in diesem wunderbaren Ensembles aufstellen. 100% Spaß und keine extra Energiekosten. Das ist für uns natürlich ganz besonders. Musik Gleis hat hier eine Eisfläche hingestellt im Hotel für die Hotelgäste. Ich durfte diese testen. War eine mega Erfahrung für mich, da hier im Hintergrund gleich das Meer ist. Man hört das Meeresrauschen und kann dabei eben hier laufen, abends in einem schönen Scheinwerferlicht mit einer wunderbaren Atmosphäre. Gleis ist ein Weltmarktführer und wir sind eines der führenden Hotels in Europa und das passt sehr gut zusammen. Musik Gleis ist ein Weltmarktführer und wir sind 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 ein